Mein Twitter-Name ist CodeisPoetry. Ich organisiere meinen gesamten Alltag mit so einem Gerät hier und ich bin nicht der Meinung, dass das eine Überwachungswanze sein darf und genau deswegen engagiere ich mich in der Politik und kandidiere für den Bayerischen Landtag auf Listenplatz 22 und wenn dir auch Datenschutz wichtig ist, dann wähle mich mit deiner Stimme am 15. September.